Die frühen Vorfahren, die waren Nomaden, die sind herumgezogen, für die war Besitz eine Belastung, die hatten gar keinen Besitz. Das bisschen, was sie mitnehmen mussten, haben sie geteilt. Und auch das ist mir so klar geworden. Die längste Zeit unseres Lebens, und die Zeit prägt ja sehr, war eine Zeit der Kooperation, des Gruppenlebens, der Zusammenarbeit, der Unterstützung. Und da die Kooperation gut war, waren alle auf dem selben Niveau. Das hat die Menschen sehr vorangebracht. Das hat uns, diese Art von Menschen, diesen Homo sapiens sapiens, sehr weitergebracht.